Hallo, in diesem Video nur ganz kurz, Remote Desktop haben wir schon in anderen Videos öfters vorgestellt, unter anderem TeamViewer gibt es jetzt auch im Google Chrome als Add-on. Dazu einfach auf dem Rechner, auf dem das installiert werden soll, im Google Chrome Web Store nach Remote Desktop suchen, dann finden wir Remote Desktop, derzeit natürlich noch Beta, einfach installieren, zu Chrome hinzufügen, installieren. Erscheint das hier in den Apps. Auf die App klicken, um Remote Desktop zu starten, dann können wir uns entscheiden, diesen Computer, an dem wir dann gerade sitzen, freigeben oder eben auf einen freigegebenen Computer zugreifen. In diesem Beispiel werde ich das jetzt so machen, dass der Windows-Rechner hier freigegeben werden soll. Wenn wir diesen Computer freigeben, dann wird ein Zugriffscode generiert, der muss dann weitergegeben werden an den Computer, der darauf zugreifen soll. Bei mir ist das jetzt also dieser Rechner hier. Zugriffscode einfach eingeben, verbinden. Dauert einen Moment, bis die Verbindung hergestellt wurde. Und schon haben wir hier die Verbindung. Auch wenn das Ganze eigentlich eine Browser-Anwendung ist oder ein Add-on, so funktioniert es natürlich auch außerhalb des Browsers. Das heißt hier, Windows kann ganz normal gestartet werden. Das wollte ich jetzt nicht starten, sondern ich wollte jetzt eigentlich nur alle Programme. Zumindest in diesem Beispiel hier. Die Maus ist ein bisschen wackelig. Editor, hallo Welt. Wenn wir jetzt umschalten auf den Windows-Rechner, dann haben wir genau das Ganze hier. Falls wir die Verbindung trennen wollen, einfach entweder STRG-ALT-ESCAPE oder halt eben auf den Button klicken. In dem Moment automatisch hier die Verbindung wurde beendet. Also super einfach. Und eine Möglichkeit, vor allen Dingen plattformübergreifend Remote Desktop zu betreiben. Okay.